Hast du schon gehört? Der Streamer iShow Speed bringt Berlin zum Ausrasten. Speed war einen ganzen Tag in Berlin unterwegs. Bisschen schlendernd im Mauerpark. Aber nicht jeder kennt den Streamer iShow Speed. Paar Kinder im Jumphouse vertreiben. Die Fanmeile am Brandenburger Tor hat sich der Streamer auch angeschaut. Ein bisschen Geld verschenken an die Kids darf natürlich auch nicht fehlen. Ein kleiner Talk mit Fußballer Nada Jindawi, wer die Europameisterschaft gewinnen wird. Zum Abschluss muss natürlich auch noch der Berliner Döner getestet werden. Für mehr Rap News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.